An der Jammer laufen die Sherezhnev-Seiblinge. Ich habe erst einen kleinen gefunden. Es ist auch super tricky, die überhaupt zu bekommen. Aber nebenbei laufen ja auch noch andere Kandidaten. Also rausziehen hier die Brocken. Gerade schon Rotlachs gefangen, Silberlachs. Lenok sind reingegangen. Was haben wir hier? Ja, Quappen sind auch schon reingegangen tatsächlich hier gerade in der Nacht. Denn ich verwende hier gerade einen der ultimativsten Köder an der Jammer. Einen schönen Allround-Köder, den Zander-Kunstköder. Ballert immer wieder rein. Also ein absoluter Klassiker das Gerät. Ja, weil er eben auch so vieles triggert. Also es geht einiges immer mal wieder rein. Man kann das Ding unterschiedlich führen. Auswerfen, langsam durchleiern, auswerfen mit Jig-Führung, Stop and Go und so weiter und so weiter. Ganz langsames Jig funktioniert ja auch immer richtig gut. Das mache ich jetzt gerade. Das heißt Einholgeschwindigkeit 50, manchmal auch 50 plus Shift. Und dann trotzdem mit langen Pausen, also lange abtreiben lassen zwischen dem Jig. Es kommt noch nicht mal eine wirkliche Jig-Führung hin, sondern man macht quasi nur einen Kick ins freie Wasser. Lässt ihn dann wieder wegtreiben und danach kickt man ihn nochmal wieder raus. Und zack, der nächste schöne Silberlachs. Richtig schön. Ja, so soll das sein. Gerade hier schon einen Rotlachs auch drauf gehabt. Dolly, Waden, Forellen, Silberlachse. Genau. Also hier jetzt so die letzte halbe Stunde gar nicht so schlecht. Und das, ja, in den Abendstunden und dann so ein bisschen in der Nacht. Das heißt, hier geht jetzt noch ein bisschen mehr. Ich habe vorher schon ein bisschen rumprobiert. Andere Stellen hier am Gewässer auch schon ausprobiert. Andere Köder auch schon ausprobiert. Aber hier muss ich sagen, läuft es tatsächlich gerade mit am besten. Ja, und hier soll dann eben auch der Sherezhnev-Saibling mit reingehen. Das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn ich den hier noch kriege. Es sind schon einige reingeballert, einige in den Rekorden auch mit 1,3, 1,4 Kilo. Super seltener Fisch. Sehr, sehr schwierig zu kriegen. Und wenn der mal richtig groß reinballert, wäre das schon super. Ich hatte vorhin einen gefangen in klein. Unmaßig auch noch mit dem silbrigen Schuppenkleid. Also noch nicht so ganz ausgewachsen. Aber immerhin ist das dann schon mal ein Zeichen, dass er hier reingeht. Da müssen wir allerdings noch mal eben gucken. Der war vorhin relativ zu Anfang. Hier ist er auf dem Slimshot. Slimshot 15 hat ihn geliefert. Slimshot 1502. Das ist der schwarze Slimshot. Und da hatte ich den auf, genau, mit einem Vierer-Hake nur. Also relativ klein. Und jetzt bin ich hier noch mal ein bisschen größer unterwegs. Und das Ganze löpt doch auch schon wieder ganz gut hier weiter. So, warte mal hier. Jo, die kleinen Silbernen. Die Silbernen waren bisher noch gar nicht so viel. Also so ein paar sind reingegangen. Zack. Und ich wollte es gerade sagen, eher ganz weit draußen. Das heißt also wirklich ganz am obersten Rand. Wirklich so hier in diesem Bereich. Wenn man hier weiter runterkommt oder nicht so ganz weit auswirft. Da waren die dann seltener. Also richtig, richtig weit ausgeworfen. Fast bis ans andere Ufer rüber. Und dann ballern da auch die guten Brocken rein. Sollte ja mit diesem schweren Köder hier eigentlich kein Problem sein. Gewichtsmäßig sollte man das Ding, glaube ich, hier mit jeder vernünftigen. Zack, da ist er, der Silberlachs. Mit jeder vernünftigen Route gut auswerfen können. Wenn ihr euch dann noch unsicher seid oder wenn ihr relativ neu seid hier an dem Gewässer oder auch vom Level noch nicht so hoch seid. Jama Starter Set. Ich verlinke das nochmal. Absolute Empfehlung. Übrigens auch für alle, die noch gar nicht so weit sind. Dieses Jama Starter Set kann man sich schon im Mid-Level ganz gut holen. Also Level 20+. Da macht das schon Sinn, sich dieses Setup zu holen. Und das dann bis hierhin immer noch kontinuierlich verwenden. Also das ist halt einfach eine Rolle und eine Route, die man eben sowohl am Kuori als auch am Wolchow oder, oder, oder immer wieder gut verwenden kann. So, und weiter geht's. Ja, ich ballere hier nochmal ein bisschen weiter raus. Im Großen und Ganzen ist es das ja eigentlich schon. Es ist gut durchwachsen. Es gehen natürlich auch zwischendurch immer mal wieder Lennox rein, je nachdem. Aber da war auch viel Köder-Testerei mit dabei. Es gehen, wie gesagt, die Lennox mit rein. Die Keter-Lachse, ja, sind natürlich auch je nach Köder mit dabei. Dolly Waden aber auch. Ganz vernünftige Größen auch. Hier auf dem Type-1 12 Gramm. Die ganzen 12 Gramm Blinker, die funktionieren da auch richtig gut. Hier war es auf dem Zander-Kunstköder. Also es funktioniert hier einiges gerade an der Stelle. Wer es noch nicht genau gesehen hat, es ist nicht ganz der Schneepi, sondern es ist hier, ja, so eine kleine Landzunge. So ein bisschen schräg daneben. Macht das Ganze auch deutlich angenehmer. Also wir werfen hier so in diesem Bereich eigentlich hin und sticken hier so durch. Das klappt ganz gut. Und wenn man hier steht, klar, klappt auch super. Dann greift man dann ja eher hier an diesen Kanten entlang. Hier können die aber auch noch eher abhauen. Und hier, wenn man hier in dem Bereich ist und was Größeres geht rein, können die schön nach hier hinten wegfliehen und man kann den Fisch schön müde drinnen. Also, so viel dazu. Habe ich das Setup schon gezeigt. Im Großen und Ganzen bin ich hier natürlich wieder übertrieben unterwegs. Hier reicht ein deutlich kleineres Setup, denn ich bin auch nur mit 12 Kilo Fluro-Only-Schnur unterwegs. Ohne Vorfach, einfach nur Fluorocarbon 12,3 Kilo. Wenn euch das zu tricky ist, 12 Kilo Vorfach und dann Fluorocarbon 12 Kilo Vorfach einfach verwenden und dann eine geflochtene Schnur. Dann hat man noch deutlich mehr Schnur hier drauf auf der Rolle und dann lüppt das schon. Also, rausziehen ihr Lümmels. Ab an der Jama, mal so zwischendurch zum Entspannen. Mal was anderes als immer nur Salzwasser angeln. Petri, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Hilft mir mega. Kanal abonnieren hilft noch viel mehr. Zieht raus die Brocken. Guck mal hier, geht auch nochmal direkt hier vorne einer rein. Sehr schön. Ich mache hier direkt weiter, denn es lüppt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.